Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten im Jahr 2023. Die Entscheidung wird kommen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Menschen interessiert das Thema Rente, unter anderem auch die Frage, wie viel Geld kann ich denn neben einer Altersrente eigentlich dazu verdienen? Anrechnungsfrei, wenn es geht natürlich auch noch. Die Frage, wie die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2023 aussieht, ist dabei ein wirklich brennendes Thema. Für das Jahr 2022 gilt noch ein anrechnungsfreier Hinzuverdienst von 46.060 Euro brutto ab Rentenbeginn einer Altersrente vor der Regelaltersgrenze. Für 2023 ist noch völlig offen, ob und in welcher Höhe die Hinzuverdienstgrenze bei einer vorgezogenen Altersrente geändert wird, aussieht, wie auch immer. Und ich habe im Juni 2022 deshalb dem Staatssekretär Schmachtenberg beim Bundesarbeitsministerium angeschrieben und um Auskunft gebeten. Und heute am 12. August 2022 habe ich die Antwort vom BMAS erhalten, Vorder- und Rückseite beschrieben. Und das BMAS hat erst einmal bestätigt, dass die aktuelle Regelung zum Hinzuverdienst bei vorgezogenen Altersrenten entfristet werden soll. Also jetzt wurde es schon mal konkreter, dass es sich hierbei um die Entfristung bei vorgezogenen Altersrenten handeln wird. Noch steht aber eine konkrete Entscheidung darüber aus, wie die Ausgestaltung einer neuen Regelung aussehen wird. Klar ist auch, dass eine Entscheidung kommen wird. Daher sollten wir alle erst mal noch abwarten und wir müssen uns leider noch ein bisschen in Geduld üben. Ich bin wirklich gespannt, ob im Jahr 2023 auch bei vorgezogenen Altersrenten eine Hinzuverdienstgrenze gelten wird, wie wir sie jetzt praktisch schon im Jahr 2022 haben werden mit 46.000 Euro oder ein bisschen mehr. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Für viele Rentner mit niedrigen Renten wäre es gerade aktuell bei den hohen Gaspreisen und Strompreisen wichtig, dass sie so viel wie möglich neben einer vorgezogenen Altersrente dazu verdienen können, damit sie auch diese Preise sozusagen bezahlen können, ohne vielleicht auf staatliche Hilfe angewiesen sein zu müssen. Eine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro, wie wir sie vor der Corona-Krise bei vorgezogenen Altersrenten hatten, wäre im Jahr 2023 vor allen Dingen für diese Menschen eine Katastrophe, die sehr geringe Renten haben und auf einen Hinzuverdienst angewiesen sind. Wenn es zum Thema Hinzuverdienstgrenze etwas Neues gibt, dann werde ich Ihnen das natürlich mitteilen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt Peter Knöppel.